Jetzt sag schon aus, dass er wischt. Ja, beim Tee trinken. Was? Ja, beim Tee trinken. Jetzt komm jetzt her auf mit deiner blöden Witze, für das hab ich jetzt keine Zeit. Ja, wenn ich's dir sag, schau, da ist der Beweis. Sag mal, einer von uns zwei tickt ja nicht richtig und rat einmal wer. Na du, weil du glaubst, deine Frau geht dir fremd, dabei geht sie nur Tee trinken mit dem Typen. Sag mal, hat dir bei ins Hirn geschissen? Schau dir den Typen doch an, dann weißt du, dass der nicht nur Tee trinkt. Wieso grinsen denn die zwei so deppert in die Kamera? Na ja, ich hab's gefragt, ob ich's fotografieren darf. Sag einmal, willst du mich verarschen? Steckst du mit dir unter einer Decken, oder was? Was zahlst du denn? Sag mal, spinnst du. Ich meine, ich kann die Elena zwar super leiden, aber hinter geht doch nicht mein Freund, mein Besten. Ach komm, geh scheißen, Alter. Bring mir, wofür ich die zahle. Ich brauch ein dreckiges, ein perverses Foto als Beweis von meiner Anwalt, verstehst? Ach so, du willst dich scheiden lassen? Ja, natürlich. Was glaubst du, wofür ich dich engagiert hab? Also, lass dir was einfallen. Na, ich wüsste doch schon was. Na, was? Na, hättest du was dagegen wie nie mit ihr? Und du glaubst, das schaffst du? Na, wenn ich mich anstrengen vielleicht? Ja, also. Mein Segen Horst. Danke. Aber nicht mekkern hinterher. So, ich freue mich nicht. Und jetzt momenteu hallo, особ sah nicht mehr die Foto. Und Basel aufiger OFF. Alles klar.